Ja Leute, es ist nun Zeit für den dritten Teil und zwar bescheuerte Duelle in Master Duel bzw. allgemein Duelle in Master Duel und ich habe wieder einen Gast und zwar Seeker Fenix! Das geht, ich freue mich hier zu sein. Sehr gut und ja, das Spiel ist abgeschmiert, perfekt. Natürlich auch. Würde ich sagen, gehen wir direkt rein, Individuum. Super. Und wir gucken uns einfach mal an, was ihr so Spannendes erwartet. Es ist ein Deck, was du sogar kennst. Ein Deck, was ich kenne? Wir spielen gegen Salamangrake. Ah, okay, ja, da bin ich doch der Profis am Start. Ja, definitiv. Und da weiß ich nicht, also man nennt das Format ja hier einfach so dumme Duelle oder so. Ist immer relativ, es sollen einfach allgemein interessante Duelle sein. Lustige, unterhaltsame Duelle. Genau, oder was passiert ist, was unvorhersehbar ist. Und hier, ich würde an sich nicht mal sagen, dass mein Gegner jetzt irgendwie schlecht gespielt hat oder so. Aber, ich verstehe Sachen nicht. Und du bist ja der Experte jetzt. Kannst du mir das ja erklären? Also, wir sehen, ich spiele Runic. Ja, die Leute lieben dieses Deck. Ich meine, ist das sogar? Ja, das ist Runic Synchro. Also, es ist nicht mehr spielbar. Also, man muss dazu sagen, das ist noch ein älteres Duell. Aber quasi die Strategie des Decks ist, extrem viel Plus mit Runic generieren. Und parallel immer mit einem Runic Monster und einem Tuner einfach halt ein bisschen so ein, zwei Negates liegen. Weil man kann's halt. Also, ist es auch wieder Baron, äh, Baronin, äh, Borlo Savage, so dieser Kram, oder? Genau, äh, genau. Wir spielen jetzt hier, äh, also Needle Fiber ist hier verboten inzwischen. Ist ja nicht garantiert. Okay. Aber, ähm, oder ist Needle? Ja, Needle Fiber ist verboten. Und, äh, aber man, man, man spielt ja die kleinen, äh, Rose Dragon, also Red Rose Dragon und so. Und kann halt einfach mit einem Runic und Red Rose halt in das erste Synchro gehen. Bekommt dann ja ein weiteres Monster durch die Rose Dragon Engine. Kann dann noch eine Runic aktivieren und kann damit dann in noch ein Monster gehen. Und da ja Denglong erlaubt ist, hast du ja automatisch einen Omni-Negated Counter-Trap und halt dann eventuell noch einen Omega oder einen Baroness oder so. Also je nachdem, wie das Port ist. Genau. Und zwei Monster sind natürlich Anaconda, die ist natürlich erlaubt. Und, äh, damit kann man natürlich in DPE gehen. Ja, perfekt. Genau, so. Wir gehen rein. Huguen, Effekt, Ash. Das tut weh. Ja, das tut weh. Rayla. Ja, ja, stimmt. Ja. Man merkt, du bist der Profi hier, nicht ich. Er hat Ash-Sleeves vielleicht deswegen. Ja, stimmt. Es ist zu viel Ash hier für mich. Ja, aber Effekt, Rayla tut dir auf jeden Fall sehr weh, weil, ja, ich kann legit nichts machen. Okay. Pass, halt, sowas soll ich halt machen. So, es ist halt so, okay. So, wir spielen ja, wie gesagt, gegen Cellarong Raid. Also, das weiß ich schon, das wusste ich zum Zeitpunkt hier nicht. Käfer. Lady Debug. Erstmal negate den Effekt, weil er sucht sich ja hundertprozentig Kaselle, wenn er schon nicht einen hat. Dementsprechend negaten wir das und hoffen, dass er keine Kaselle hat. Wir banischen drei. Deckout ist auch immer eine Option, ne? Also, bei Runic zumindest. Negate. Er geht in luck. Ich hab Angst bekommen. Ich hab Angst, 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 Angst. Ach, Glückwunsch. Nein, aber muss ja eh ein Cellarong Raid sein. Das heißt, gucken jetzt. Er geht für, das fand ich auch sehr interessant. Er geht für drei statt für sechs. Und warum macht er das, bevor er legt? Also, ich weiß ja nicht, was seine Hand ist. Also, vielleicht erklärt sich das daraus so. Aber egal. Also, warum er den Topf nicht aktiviert, bevor... Hä? Hä? Okay. Pass. Ja, ich meine, was hat er revealed? Er hat... Ah, toll, das wird jetzt nicht mehr gezeigt. Ah, Minus, wir hätten ihm auch was müssen. Also, du könntest ja theoretisch mal mindestens viel Spell und dann Lux into Luxe. Das ist halt wirklich so eine Sache. Das wird sogar relevant. Könntest du nicht auch angreifen? Oder... Ja. Also, ja. Seine Idee ist, glaube ich, wenn Hugin da liegt, kann ich ja keinen zweiten Hugin holen, kann seinen Effekt nicht nutzen, kann nicht den Brunnen holen und kann nicht spielen. Ich glaube, das ist... Okay, 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 okay. Also, man kann angreifen. Das Ding ist, ironischerweise spiele ich ja ein Synchro-Deck. Wenn ich einen Tuner ziehe, der nicht Level 1 ist, dann könnte ich halt jetzt theoretisch Combo machen. Also, es hilft mir eigentlich. Deswegen ärgere ich mich sehr darüber. Aber wir können natürlich in Anaconda gehen. Natürlich. Anaconda-Effekt. Ja, und da ist The Boy, D.P. Und jetzt ist nämlich, wir passen, weil er eben nicht Doppel-Lux hat, können wir jetzt, wenn er normal ist, dann macht die Schießen. Ja. Genau. Also, das ist halt schon sehr gut. Und, ja, er macht jetzt hier einen Normal-Summon, leider nur Buffalo. Buffalo wäre jetzt nicht so schlau zu schießen, weil sie sagt, ja allgemein, wenn er das Spiel verletzt. Oh, es passiert sehr viel, ich bin zu schnell. Ja, Link rüber macht nichts. Pot of Desires. Ich mag, wenn man gegen Deck-Out-Decks, äh, Deck-Out geht. Also, Pot of Desires, gefährlich. Ja, ich meine, zu dem Zeitpunkt ist Gazelle hier sogar auch auf 2 oder 3. Also, die Gefahr, Gazelle zu bändischen, ist jetzt nicht so hoch. Okay. Aber, ja. Er aktiviert danach, nachdem die Kosten gezahlt worden sind. Hä? Okay. Ja. Hä, das ist so random irgendwie. Warum, also... Ja, fühl ich auch nicht. Egal. Jetzt holt er sich Gazelle, die er mal gut nicht gebändisch hat. Und zieht zwei Karten. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Danke aufs Spiel. Also, entweder, entweder würde ich halt erst suchen und dann, also damit Gazelle safe ist. Oder ich würde erst ziehen, damit ich guck, vielleicht zieh ich ja Gazelle schon. Und dann, also, weißt du, was ich mein? Ja, genau. Und was ja zum Nachhinein ist, er hat ja, äh, er hat ja... Ach nee, das ist von Buffalo. Genau. Das aber auch. Er beschwört Buffalo. Nutzt Buffalos Effekt, um zwei zu ziehen. Vielleicht hat er da erst Circle gezogen. Das muss man... Muss man... Okay, wahrscheinlich hat er da ist. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass er das vercheckt hat, dass man dann ja... Hätte das kombinieren können mit Gazelle, aber... Ja. Egal, der Kreis war sehr weird. So. Jetzt geht er in den Schweinmagier und jetzt weiß ich... Ja, das ist jetzt ärgerlich, weil... Naja, jetzt hat er ein Luchs in Grave, ne? Also, ich hab hier einen Schuss durch das und einen Schuss durch das. Ja. Ah, er kann einmal beschützen. Muss ich aufpassen. Gazelle. Gazelle legt rein. Und was ist normalerweise the way? So, man könnte versuchen, auf Access Code OTK zu gehen. Ja. Könnte man. Aber das Ding ist, hier ist ein DPE, hier liegen ja zwei Set. Man kann auch versuchen, das runter zu grinden und das will er auch machen. Also, er will nicht all in gehen, sondern will es runter grinden. Und das macht halt auch Sinn, finde ich. Er holt halt Hengst, geht mit Hengst in Wolf und dann... Ja, ne? Der Hengst bounced. Ist faußen, ne? Bounced, forst meinen Schuss. Ich schieße jetzt in diesem Fall halt Schweinmagier, weil der wird eh protected. Das bringt halt nicht so viel. So, Schuss. Aber auch wildes Placement der Zone. Ich weiß nicht. Natürlich, der Schweinmagier zeigt nach unten. Aber, ja, Wolf ist ja komplett useless. Aber er hat ja noch die Fehlspell. Er hat noch die Fehlspell, genau, wollte ich gerade sagen. So, jetzt kommt Cold by, sehr stark. Also, wirklich stark. Also, nimmt DPE ja komplett raus. Ja. Das heißt, DPE ist kein Problem mehr für ihn. Geht in Fehlspell. Mach das, was du gesagt hast, genau. Geht in Wolf rein. Wolf Effect. Er grindet mich aus. Er geht nicht hoch, dicker. Er will mich ausgrinden. Was natürlich mit zwölf Deckkarten gegen Runic... Auch gewagt ist trotzdem, natürlich. Fuchsi, Fuchsi kommt. Fuchsi kann nur offene zerstören, ne? Ja, kann nur offene zerstören. Nur offene, er kann deine nicht zerstören. Ja, sehr gut. So, jetzt geht er doch in mehr rein. Cold Follow-up, äh, Chris, äh, es macht Sinn. Er könnte jetzt sogar noch für Access-Code OTK gehen. Aber wir haben... Haben wir Stelius Effekt genutzt, aus dem Deckschwitzherz zu beschweren? Nein, hat er nicht. Dann ist er nicht im Feuer gelockt, ne? Nee. Also, er könnte, äh, er könnte, äh, Update-Jammer, Transcode, Access-Code. Ja, aber es ist nicht OTK. Du müsstest aus dem Bein, äh, Jammer machen. Und dann mit dem Bein, äh, Transcode. Und dann Access-Code. Das ginge. Aber wir... Habe ich schon gesagt. Achso, achso. Achso, er geht sogar. Äh, äh, in Jammer. Ja, genau. Da verstehe ich aber nicht. Würde man das da sofort machen? Zwei verdeckte Karte gegen Runic. Also, ich weiß halt nicht, ob das halt so worth ist. Also... Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich bin jetzt nicht der Runic-Experte, so. Aber, so, keine Ahnung. Ja, also, er geht jetzt hier rein. Geht in Transcode. Ja, und... Äh... Kann zweimal gelten. Ja, aber der Witz ist ja... Also, die Leute... Also, Master Duel... In real life passiert das nicht, aber Master Duel ist das halt so. Also, wenn ihr nicht, äh, automatisch Ketten auf On... Also, es gibt auf Automatisch und An. Ihr müsst auf An haben, damit das funktioniert. Sonst, äh, wird euch Transcode komplett aus dem Leben nehmen. Weil du darfst auf die Effekte ja nicht reagieren. Ja. Das heißt, er aktiviert jetzt den Effekt. Hier, Chainlink 2. Ich darf nicht darauf reagieren. Heißt, catch Resolve. Und jetzt gibt es dieses Window zwischen... Er kann es nicht... Also, er kann Transcode... Äh, äh, Axis Code Talkers Effekt nicht nutzen, weil es ja kein Quick-Effekt ist. Aber du hast noch die Chance, den Quick-Effekt zu nutzen. Und das... Auf Resolve, ja. Genau. Und deswegen können wir jetzt hier natürlich den, äh, Code Talker rausnehmen. Er wird gebanished. Set 2. Und... Yay! Wir sind ja wieder in Top-Deck-Modus. Ja. So, jetzt ziehen wir... Oh, ne Spell. Ne Runyx Spell. Wie viele Karten hat er an Deck? 10. Ei, 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 ei. Dann lassen wir ihn doch mal gleich ziehen. Maxi! Ah, ja, 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 ja. Das tut weh. Let's go. Ja, ich... Ich gönne dir die Karten. Also, von ganzem Herzen. Ja. Dann zieht er eine Karte. Dann kann ich auch sogar, äh, Entzauberung aktivieren. Nehme ihn in der Handkarte raus. Ich hab gehofft, Garzell zu hitten. Aber leider ist es nur Foxy. Ähm, dann triggert's. Ja, Garzell. Ähm, so. Dann geh ich natürlich in eine Spezialbeschwörung. Warum tue ich das denn? Ja, natürlich, Deckner. Äh, äh, äh... So. Ich sehe, worauf das sieht ausgläumt. So, und jetzt? Eine Karte. Ich kann nix machen. Ich hab nur Phönix. Pass, so. Das ist der Game-Stat. Würdest du sagen, gewinne ich das Duell oder verliere ich das Duell? Ja, also... Äh, äh... Also, du würdest mich jetzt nicht fragen, so, ne? Aber eigentlich müsste er jetzt irgendwie schaffen, OTK zu drucken. Aber er hat ja schon Access-Code benutzt. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich habe gar nix. Du hast gar nix. Also, eigentlich müsste er es irgendwie hinkriegen. Ja, das ist richtig. Foxy. Discard. Spezialbeschwören. Jetzt sogar Will. Was echt... Na gut, dann muss er es hinkriegen. Dann muss er es hinkriegen. Dann muss er es hinkriegen. So, jetzt muss der Wolf. Okay. Jetzt kommt Spinny. Spinny Spezial. Okay. Jetzt geht er in Wunderhengst. Also, er bereitet ja alles vor, um hier mein Leben zu zerstören. So. Jetzt geht er an Lux. Okay. Und jetzt kommt Jack. Und Jack macht was? Er spezialt sich. Ja, aber er packt eine Karte zurück ins Deck. Ja. Das heißt, damit ist ja der Deck-Out vorbei. Verhindert, ja. Das heißt, er hat zwei Züge Zeit jetzt nicht zur Rote kann. Zwei Züge Zeit. Oh, was denkt sich mein Gegner? Ja. Ja, Wunderhengst hat einen Effekt. Nein, Junge. Ah. Geht da einen Hitleo. Hätte er... Hä? Ja. Und dann verkackt er den Utica. Und dann hat er wieder weg. 100. Aber 100 zu wenig. Warte mal, ich hab jetzt, ich hab jetzt das Feld nicht vorher, ich hab's nicht ausgerechnet, aber hätte er nicht sogar mehr Schaden ohne Hitleo gemacht? Oh. Nee, er hatte, er hatte, nee, warte, stimmt. Er hatte Wunderhengst, Lux und Jack-Jack. Nee, Jack-Jacko liegt da noch. Nee, Spinny. Er hat muss... Warte, wie beschwört sich Spinny noch mal? Ganz, 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 ganz schön. Er hat Spinny Defense beschworen halt. Der hat das nicht gemacht. Ja, der hat das nicht gemacht. Wäre das Game gewesen, ja. Okay. Ja, Leute. Und nee, hä? Äh, Wunderhengst und Lux ist ja auch ein Ertiker. Ah ne, er musste aber das weglinken, weil er noch ein Phönix lag. Sonst wäre... Weißt du, was er hätte machen können? Hat er schon vorher einen Heat Leo benutzt? Oder hat er vielleicht noch einen? Also, weil das Ding ist, Heat Leo hat ja noch einen zweiten Effekt. Er kann eigentlich einfach mit Jaguar statt dem 2000er auf Heat Leo gehen. Und dann kann er Reincarnation Heat Leo machen, setzt deinen Phönix auf 0. Nee, er geht nur leider auf 500. Wir haben keine Asche im Friedhof. Du brauchst eine Asche. Nee, es muss ein Feuermonster sein. Achso, okay, dann hab ich nichts gesagt. Äh, du kannst auch noch ein Feuermonster sein. Nee, ein Monster in der Friedhof. Der will, hä, ich dachte für Feuer, Mann. Ja, nicht recht. Ja, dann hätte er das machen können. Dann wäre das auch rotikal gewesen. Also, egal wie, er hätte es haben können und viel schlimmer ist, er hätte ja noch einen Zug Zeit gehabt, eigentlich. Ja, jetzt hat er den einfach nicht reingemischt. Aber dann, vielleicht hättest du sowas getoppt, Dig. Ja, aber so, jetzt hat er es schon. Top Deck. Hoi, ich hätte bestimmt noch voll den OTK verhindert, nächsten Zug. Ja. Ja. Ja, pass. Das tut so weh. Wenn man zu sehr, äh, kombon möchte. Ja. Halt wirklich, oder? Ja, dann würde ich sagen. Ja, schon. Komm, einer ist keinemal, wie geht rein. Und das ist ein aktuelleres. Ist aus dem, äh, aus dem Duelist Cup, äh, von diesem Jahr sogar. Ähm, beziehungsweise, wenn das Video rauskommt, ist, glaube ich, sogar schon nächstes Jahr. Also, ähm, ja, wer ist voraufgenommen, Leute? So, ich mag das Spielfeld. Also, das Spielfeld ist richtig schön. Äh, I like das Spielfeld. Und jetzt ist wieder so ein Moment, Leute. Maxi, ist eine echt dumme Karte. Aber vielleicht sollte man sie auch ernst nehmen. Ja. Mehr kann ich zu diesen Duel nicht sagen. Ich spiele Sprite Gischki. Ähm, ist ein richtig lustiges Deck. Und jetzt fragst du dich, warum spielst du Gischki? Fragst du dich das? Nee. Okay, schon. Ich sag nicht. Äh, ja, also es gibt im Master Duel, äh, also Gischki und, äh, Sprite ist jetzt nicht so das große Geheimnis. Es gab es schon immer mal. Aber im Master Duel ist eine Kombo möglich, die nie im TCG möglich war. Weil alle Gischki-Karten und Sprite 11 sind zum gleichen Zeitpunkt legal. Und, ähm, es gibt eine One-Cart-Kombo mit einer Gischki-Karte, womit du, äh, ich glaub, vier oder fünf Interrupts durch eine Karte legst. Nur durch elf, halt. Krass. Das ist, das ist krass, Alter. Das ist ja nicht normal. Genau. Aber, ähm, ja, wie du siehst, haben wir nicht so gut. Also die Hand ist okay. Also wir können definitiv spielen. Wir kamen auch, also wir haben auch ein gutes Board am Ende. Wenn da nicht so ein kleines Problem wäre. Äh, die Karte nennt sich, äh. Maxi. Okay. Ja, also unter Maxi sollte man in der Regel nicht reinkommitten. Außer man kann den Utica schaffen. Oder du machst mehr Plus durch die Aktion. Oder genauso viel Plus wie der Gegner. Dann ist das okay. Aber jetzt zum Beispiel können wir den. Er darf ja einen aus dem Friedhof-Spezial beschwören. Also könnte. Aber der macht gar nichts auf dem Feld. Und er dürfte Karte ziehen. Also lohnt sich das nicht. Also ist das hier einfach der Pass. Ah, sehr bitter. Das ist, äh, ja, sehr bitter. Minus zwei einfach. Egal. Gegner ist dran. Maxi. In der Draw-Phase. Damit wir nicht in Tacticals reinspielen. Weil Tacticals ist ja eine Karte. Und das ist in der Main-Phase. Deswegen direkt Shotgun. Ash. Aber unser Gischki kann ja negaten. Jetzt, äh, chained er noch eine Pearly-Karte. Wenn wir spielen mit Pearly. Bedeutet also hier, er will dem Maxi mit dem Draw nicht geben. Ist ja komplett sinnvoll. So, macht der Sinn. Ja. Und er muss sogar noch eine Karte targeten auf dem Spielfeld. Dementsprechend macht das ja doppelt und dreifach. So, ja. Also es macht halt nur Sinn. So, aber mein Maxi ist jetzt Resolved. Und das ist jetzt eine wichtige Info. Was habe ich gerade gesagt? Was sollte man machen unter Maxi? Also, du meinst, äh, sie ernst nehmen? Also halt, äh, nur, nur spielen, wenn man selber so viel Plus macht wie der Gegner. Genau. Oder OT-Kart. Mal gucken, was mein Gegner macht. So, erstmal jetzt hier Effekt. Macht ja Sinn. Ist ja Summon. Holt sich meine Freundin. Ist gut. Äh, das sucht die Karten. Gibt den Ressourcen. Also theoretisch. Ich, äh, ich hab zwei Handkarten. Er kennt, er kennt diese ja. Er kennt sie. Also, es ist ja bekannt. Das heißt, eine unbekannte Karte. Also, ich weiß nicht. Und ich hab sie nicht benutzt in Turn 1. Das darf man auch nicht vergessen. Ich hab sie nicht benutzt in Turn 1. Das heißt, sie muss ja jetzt was, was mit Maxi zu tun haben. Weil Maxi kam ja. Oder es ist ein Break. Das heißt, ich spiele aktiv grad mit gar nichts. Ich muss ultra krass top decken, um hier zurückzukommen. So. Ja. Ja, was macht er? Erstmal suchen. Ist natürlich. Ist ja, oder Maxi ist mir egal. So, und jetzt könnt ihr einfach passen. Was macht er? Spitze habe ich schon. Nochmal eins. I'm in. Okay. Verstehe ich jetzt nicht, warum. Aber von mir aus. So, er macht weiter. Er hittet auch noch. Also, er hat auch Glück sogar. So. Weiter geht's. Normalbeschwörung. Er hat sogar die Normalbeschwörung auf der Hand. Warum Spezialbeschwörter? Warum? Ja, warum Spezialbeschwörung? Hä? Also, macht gar keinen Sinn. So, weiter geht's. Er sucht und er hittet wieder. Ist so frech einfach. So, er hittet wieder. So, auch jetzt. Er kann passen. Ich werde ihn ja durch dieses Board jetzt safe nicht OTK. So. Also, eigentlich hätte ich halt schon die erste Spezialbeschwörung nicht gemacht. Ich hätte einfach Normalbeschwörung gesucht, noch was gesetzt und dann halt Pass gemacht. Aber, das ist übrigens die One-Cut-Kombo. Also, das ist die Karte, die One-Cut-Kombo ermöglicht. Ja. So. Weiter geht's. Was denkt er sich? Egal. Nächste Schiff. Ich meine, okay. Und dann denkt er sich? Ja, egal. Weiter geht's. Machen wir hier Effekt. Also, jetzt will er auf Noah gehen. Also, das Bossmonster. Das heißt, er wird auf jeden Fall noch eine Spezialbeschwörung safe machen. Ähm. Noah ist ultra krasse Karte. Und mit viel Materialien ist die Karte ja auch gefühlt unoutbar. Ja. Darum nicht einfach vergessen. Das heißt, die Strategie ist jetzt, wenn er Noah Pass machen will, was ja anscheinend der Plan ist. Obwohl es viel zu viele Karten mehr gibt. Aber dann darf er Noah nur strategisch sinnvoll nutzen. Kommen wir später zurück. Okay. Jetzt kommt hier. Pummelig wird pummelig. Ha, ha, ha. Ähm. Jetzt klaut er ihn nochmal in den Spiegel. Äh. Und jetzt kommt der dicke Noah. So. Und jetzt denkt er sich? Ach, egal. Ich hab ihm eh schon Karten gegeben. Nein, Junge. Was ist denn los? Gib mir hin. Oh, Mann. Aber hier verstehst du ja noch. Das sind zwei Interruptions. Also, zwei Interruptions für eine Karte. I mean it's okay. Ja, aber du hast jetzt wieder eine komplette Hand. Ja. Genau. Und hätte er einfach Maxi exzupiert, Pass gemacht. Hätte ich, äh, wahrscheinlich auf jeden Fall nicht so. Also jetzt hab ich ja freie Auswahl. Freie Auswahl. So. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt hat er eine fette Noah, die unberührt ist. Das heißt, ich kann 7000 Artikel. What the hell? So. Und meine, meine beste Karte, den Spiegel, hat der auch schon. Also, ich bin, ich hab echt Schwierigkeiten, jetzt damit zu klar zu kommen. So. Also, ich weiß nicht. Was gibt's für Optionen? Ja, hier. Gondis. Okay. Das ist meine Option. Ich muss auf Gondis gehen. Sonst kann ich das Ding nicht outen. Und so. Also, das ist meine einzige Option, gerade das Ding zu outen. Sorry, es bringt nix. Also, nur, nur mein, also, nur das ist mein Out. So. Legit. So. Okay, mal gucken, ob ich die brauche. Er zieht erstmal durch Noah. Noah ist recht. Also, natürlich durch die Spell, Leute, bevor jemand hier hatet. Das ist nicht Noah selber. Okay. Wir holen jetzt erstmal Ritualspell. Dann aktivieren wir Wasserspiegel. Holt uns halt unsere Kraken, äh, unsere Grauen. Das ist halt unser One-Cut-Kombo eigentlich. Aktivieren wir ein One-Cut-Kombo. Spezial beschwören ihn. Suchen ihn. Jetzt fängt der erste Random-Effekt an. Naja, ich kann ein Monster, was Spezialbeschwurm wurde, bouncen. Weil er wurde Spezialbeschwurm bouncen. Also, ich verstehe es halt nicht jetzt. Also, was hat das jetzt gemacht? Also, was bringt das? Er hat jetzt den auf die Hand gegeben. So, warum? Ja, lol. Aber der Effekt kommt ja trotzdem. Ja? Ja, okay, okay. Also, erster Random-Effekt. Du kannst halt sogar, du kannst sogar Ritual von der Hand auch benutzen. Genau. Äh, das ergibt ja gar keinen Sinn. So, weiter geht's. Der Witz ist jetzt, ähm, er weiß zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich Sprite spiele. Also, das muss man in fairer Weise mal anerkennen. Aber Theorie könnte man sagen, er will mir die Level 2 herausnehmen. Für Sprite. Also, wenn er vermutet Sprite. Dann müsste er jetzt aber auch nur machen, um mein Ding zu bouncen. Ja. Müsste er. Macht er nicht. So. Jetzt kommt Sprite Blue. Was denkst du passiert jetzt? A. Er aktiviert gar nichts. B. Er aktiviert nur. C. Er aktiviert das andere Exit. Gar nichts. Ja, das wäre richtig. Er aktiviert wieder den... Nein, Mann. Oh, Mann. Vor allem, was bringt der Sprite Blue zu bouncen? Ja, jetzt... Weiß ich auch nicht. Dann bouncen wir jetzt Blue. Uff. Lol. Der Witz ist jetzt, ja? Er weiß jetzt, dass ich eine Sprite in so spiele. Er weiß, dass ich Strahl gesucht habe. Jetzt ist der Zeitpunkt mit Noir... Jetzt musst du ihn bouncen, damit du keinen Level 2-Armel hast. Ja, was macht er? Nix. Oh, Junge! Er lässt mich strahlen, bis ich habe geschmeckt. So, jetzt habe ich Strahl. Ich sage, wie ich strahle, ist Effekt. Jetzt suche ich mir Smasher. Das zeigt man ja... Oh, Smasher. Leute, der ist unberührt. Das Ding ist halt broken. So, also. Immer noch keine Gefahr für ihn. Was macht er? Ich adde das. Ich aktiviere jetzt den Wasserspiegel. So, und jetzt ist es dann folgendes. Er weiß, dass ich das rufe. Er kennt die Karte. So, das heißt, ich rufe den jetzt. Das heißt, das Ding kann Monster-Effekte negieren. Er hat 7 Materialien. Das heißt, wenn er einmal negiert, hat er noch 5 Materialien. Das heißt, er ist immer noch uneffektet. Das heißt, der erste Bounce kann er nicht annullieren. Den ersten Bounce kann er nicht annullieren. Das heißt, auch jetzt... ATK-technisch 3000. Dann kommt er nie bei 7000. Also, er muss nichts machen. Er kann weiter chillen. Er kann weiter chillen. Chain-1. Was will er jetzt bouncen? Jetzt meine Krake. Jetzt mein Strahl-Bounce, damit alle Sprites in der Hand sind. Fair enough. Also, was ist jetzt deine Mission? Effekt. Bounce-Strahl. Ich hätte halt zweimal die Option gehabt, das zu aktivieren. Und da hätte es sogar Sinn gemacht. So, jetzt target der Strahl. Jetzt kommt es aber. Er weiß eigentlich auch, dass ich Smashers habe. Also, Chain nicht Smashers. Auch jetzt. Noah ist unaffektet at the moment. Also, auch hier Smashers ist keine Gefahr für Noah. Außer man aktiviert den Effekt. Und zwar Effekt. Ach Junge. Nein. Wozu? Es gibt doch keine Not. So. Und jetzt ist das Ding natürlich. Jetzt hat Noah nur noch drei Materialien. Alter, jetzt bounce. Jetzt kannst du sehen. Jetzt bounce da auch. Vorhin Wasser bounce. Er bounce jetzt den Gitschki. Der ja, wie du schon sagtest, auch in der Hand Ritual benutzt werden kann. Das macht gar keinen Sinn. Ja. Und jetzt übrigens, jetzt kann Smasher Noah outen. Jetzt kann er das. So. Aber okay. Jetzt denkt man sich. Okay. Jetzt hat er alles von mir gebounced. Und Smasher wird Noah vielleicht outen. Deswegen chained er jetzt natürlich nochmal Noah. Weil er jetzt merkt, meine Noah wird drauf gehen. Und er wählt in Friedhof mein Ritual. Das ist sogar ein okayes Target. Wenn du jetzt zwangst treffen musst, ist das auf jeden Fall okay. So. Weil der kann den ja recyceln. Also deswegen hat das Sinn. So. Aber jetzt resolve das Ganze. Wie gesagt. Er hätte das alles nicht gemacht. Er hätte noch beide Effekte haben können. Und noch sieben Materialien haben können. Ja. Aber egal. Okay. Weiter geht's. Dann. Weiter geht's. Dann kommt nämlich jetzt natürlich der Stack. Ich verbanne natürlich meine Freundin. Weil das den Follow-Up gibt. Weil Noah ist halt keine Bedrohung mehr für mich. Dann benutze ich. Oh Wunder. Dann benutze ich den Kraken. Achso. Übrigens. Wir haben die ganze Zeit einen Fehler gemacht. Oh. Die Kommentare werden ausrasten. Die Kommentare werden ausrasten. Noah mischt ja ins Deck und bouncet nicht. Äh. Das war der Bouncer. Dann mischt er ins Deck. Also den Kraken ins Deck zu mischen. Hat vielleicht Sinn gemacht. Aber das hättest du auch halt bei einem Sprite schon machen können. Ja. So. Ja. Aber ich hab noch einen in der Hand. Weil er mir durch Maxi so viele Karten gegeben hat. Ähm. Ja. Dann kommt mein Monster. Was er jetzt sogar negieren kann. Jetzt kann ich halt von Friso Spezial beschwören. Jetzt kommt sogar ein Effekt-Wähler. Ähm. Und merkt aber. Ist komplett useless. Also ich hab sogar Call-By. Also. Und ich hab noch eine Mephy-Katze. Und ich. Er hat verloren. Das ist halt true. Aber ich find den Zeitpunkt sehr interessant. Also er merkt jetzt. Auf den Effekt-Wähler auf dieser Karte. Dass er verloren hat. Finde ich sehr interessante Entscheidung. Auf jeden Fall. Ja. I mean. Äh. Ja. Was ist das denn? Äh. Was ist das denn? Äh. Aber. Naja. Ähm. Ja. Und das war das Duell. Ich fand's unterhaltsam auf eine Art und Weise. Also ich das gespielt habe. Muss ich sagen. Ich muss es speichern. Also ein bisschen. Ey. Also er hat irgendwie so. Keine Ahnung. Er hatte ja so viele Möglichkeiten. Also er hätte einfach nicht in Max C spielen können oder sollen. Das wäre schon mal Option Nummer 1 gewesen. Dann hat er aber in Max C gespielt. Und selbst dann wäre es ja immer noch gut gewesen. Aber er hat so einfach vier oder fünf Mal verkackt. Also die richtige Karte zu bouncen. Beziehungsweise ins Deck zu mischen. Also krass. Also ich finde aber. Das zeigt nochmal. Und damit wir mich ja einen Lerneffekt haben. Damit die Leute auch sagen. Ja ihr basht ja nur. Ne. Lerneffekt. Äh. Leute. Es ist immer das eine sein Deck zu können. Und das ist auch sehr wichtig. Aber das Problem ist auch. Ihr müsst auch wirklich das Deck das anderen kennen. Weil das hat man hier glaube ich sehr gut gemerkt. Er wusste nicht was er machen soll. Was soll ich bouncen? Was soll ich wegmischen? Was wie wo? Er wusste gar nicht wie. So er wusste gar nicht was er machen soll. Und hat alles falsch gemacht was man falsch machen konnte. Und das ist halt das Problem. Ihr müsst halt auch die gegnerischen Decks kennen. Damit man halt eben besser spielen kann. Okay. Aber man muss es dann fairerweise sagen. Wenn er es einfach wirklich nicht kannte. Ich weiß jetzt nicht in welchem Rang das Duell stattgefunden hat. Im Platin. Also es muss schon eigentlich wo man. Also du musst schon ordentlich gespielt haben. Und er spielt Pearly. Ich meine er spielt ja schon ein Metadeck. Das heißt. Ja schon. Und ich akzeptiere noch, dass er Gischki nicht kennt. Aber Sprites nicht zu kennen. Da weiß ich ja nicht. Ja das stimmt. Ja das stimmt schon. So. Also wieder. Die Gischki ist okay. Fair. Den Punkt gebe ich ihm. Aber die Sprites halt. Also da muss er kennen so. Ja. Vor allen Dingen. Also selbst wenn du es nicht kennst. Ich bin sehr beschwore Blue. Blue sucht dir Strahl. Und er durfte ihn ja lesen. Also er durfte ihn ja lesen dann. Und er konnte ihn lesen. Oh Stufe 2. Dann bounced er mit meinem Sprite Blue. Und dann habe ich noch Level 2. Dann muss er so. Ah nee muss ich auch noch loswerden. Also so von der Logik her. Irgendwie. Ja. Aber vielleicht. Ich meine zweimal hat er es so gemacht. Dass du einen Effekt aktivierst. Und er bounced deine Karte. Ja. Und er fängt dir trotzdem durch. Er dachte so MSC negate. So mäßig. Vielleicht. Ich weiß nicht. Vielleicht dachte er das sogar wirklich. Kann sogar sein. Ja. Ja. Aber Leute. Das waren wieder zwei Duelles. Es geht immer mega lang. Wenn man über das Ganze hier irgendwie quatscht. Aber ich meine. Ist ja auch genug Content für euch. Ich hoffe das Essen hat geschmeckt. Wenn ihr dabei gegessen habt. Schreibt mal in die Kommentare. Wenn ihr gegessen habt. Nebenbei. Dann bedanke ich mich. Dass du dabei warst. Schön dass du dabei warst. Ich fand mich auch sehr gefreut. Ja Leute. Und dann wünsche ich euch. Wie immer. Einen wunderschönen Tag. Und wie immer. Viel Spaß. Beim. Du Elie. Das war nicht hervorisch. Nochmal. Beim. Du Elie. Okay. Let's go.